Ähm, jao und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper plus eins. Ja, letztes Mal haben wir diesen komischen, diesen Barbaren gerettet. In der Folge, in der ich irgendwo etwas verpeilt war. Oh ja, das von gerade eben, keine Ahnung, ich hab mich verschluckt oder so. Aber ich spiel nie jetzt weiter mit dieser Gruppe. Haben wir noch irgendwelche Quests? Ja, oh ja und wundert euch nicht, wenn ich mich ab und zu räuspern um muss. Ich muss mich einfach ab und zu räuspern. Ich hab keine Ahnung, ich hab gerade was gegessen, vielleicht die Zahran. Da haben wir mich verschluckt, ich weiß es nicht. Aber ist der gute Dexter dran. He he, könntet ihr ein paar Koblen-Nägel für mich besorgen? Dass ihr die von den Goblins holen müsst, brauche ich euch eigentlich nicht zu sagen, oder? Mach dir keine Sorgen, mach dir darüber mal keine Sorgen. Aber was tust du hier eigentlich? Ich wollte mir selbst ein paar Zehnen-Nägel besorgen, aber dann seid ihr aufgetaucht. Aber heute schimpft Goblin-Nägel. Schnappt euch ihre Zehnen-Nägel, bringt mir ein paar davon. Moment, das machen wir andersrum. Koblen-Häuptling. Spült die Macht. 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 Soll sich schämen. Weil E-Mail nicht schlecht ist. Lass sehen, was mir jemand sagt, der bei mir instant verkackt. Boah, ich muss mit denen unbedingt noch ein höheres Level kommen. Und die brauchen unbedingt noch bessere Waffen. Sonst sehe ich Schwarz für die später. Weil ich bin mit meiner jetzigen Gruppe, mit der bin ich zwar um einiges weiter, aber... Die haben ja schon Full-Upgrade-Waffen. Der Tod ist da. Und zudem sollte ich mir noch ein paar Heile-Items kaufen. Sprich Wiederbelebung-Items. Weil die sind einfach nur sehr nützlich. Mehr brauche ich dazu wohl nicht zu sagen, weil Wiederbelebungs-Items... Versteht sich darüber von selbst. Für was so eine Wiederbelebung gut ist. Zack. Wie lang hört auf, nie, weiß ich nicht. Oh, ich habe ja noch Steam an. Da war der, 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 offline. Offline müsste ich das ja immer machen, weil... Sonst kommen ja solche komischen Steam-Pop-Ups rein. Yeah. Oh, das ist immer so scheiße an, wenn ich so rede. Aber es ist trotzdem... Für euch... Red ich immer so. Weil... Ich das cool finde. So zu reden. Obwohl ich finde, dass ich mich irgendwo behindert, wenn ihr das anhört. Da war... Scheiß drauf. Scheiß, scheiß, scheiß drauf. Hey. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht alle... Ähm... Goblin-Train-Nägel kriege. Nicht alle fünf. Für eine gut sechste. Und der Dexter von jetzt hat nichts mit dem DECKSTER zu tun. Von dem ich aber zu geredet habe. Weil der... Dexter... Oder eher gesagt, der Dark-State. Der Dark-State. Wie es sich irgendwo mal gar nennt. hat hier was von Daxen zu tun und nicht von Geschicklichkeit oder so. Keine Ahnung. Wo genau das Dexter herkommt. Ich würde einfach mal raten von Dex wie Dexterity oder wie auch immer das genau heißt. Und das ist nun mal eh Beweglichkeit oder Geschicklichkeit. Je nachdem. Irgendwas für ein Spiel das ist. Und ich lache ab und zu wieder so behindert. Behindert, behindert, behindert. Irgendwo bin ich schon wieder verpeilt. Ihr solltet niemals aufnehmen, nachdem ich geschlafen habe. Denn ich habe wieder geschlafen. Verurteilt mich nicht nur, weil ich mal ab und zu ein bisschen schlafe. Schlafen ist schön. Ich habe eine Lehrerin, die hat hier so schlafen als Hobby. Wieso stand da eigentlich wieso stand da kribblich körper ne kribblicher Schaden oder kribblicher Widerstand eher gesagt statt körperlicher wenn man mal dieses Öl einfach weg ist und dann einfach ein neues Wort raus wie kribblich oder so. Ich werde noch ein ich muss meine Religionshausaufgabe noch machen und in der Religion kann man auch Hausaufgabe da ich ja vom guten alten Mr. Black hier Hausaufgabe aufgekommen habe. Weil wir so ein Blatt hatten, das wir noch fertig machen müssen. immer diese Lehrer mit ihren Blättern, die man fertig machen muss. Das ist doch schlimm. Nein, immerhin habe ich jetzt Internet und ich habe auch gemerkt, dass mein Internet einfach mal in der Schule so richtiger Bullshit ist. Juhu. Danke sehr. Nimm dies. Die sind total schwarz. Hoffentlich kannst du die noch brauchen. Oder geh brauchen. Egal, 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 egal. Goblins. Schweine wäre Goblin-Häuptlich. Ich habe gehört, ihr mögt Goblins. Deshalb habe ich euch ein paar in eure Quest gepackt. Spaßwürde zu machen, habe ich gesagt. Muss ich euch noch sagen, dass ihr ein paar Goblins besiegen? zu sieben Goblins. Und ja, das war hier so ein Kampfschreier an das Goblins. Also, lasst mich. Erst gleich in Ruhe. Und ich nehme das natürlich wieder an dem besten Tag auf, weil man das machen kann am Donnerstag zu dem ersten Mal. Morgen ist Freitag, glaube ich Nachmittag, da kann ich nicht so super aufnehmen. Wobei, morgen hätte ich eh Zeit. Ich kann eh nicht mit den anderen WoW spielen. Weil die da wieder WoW spielen, natürlich. Denn, Leute, es ist so, ich besitze die neue WoW-Erweiterung nicht. Hier, Warlord of Draenor. Und da kann ich nicht, darum kann ich nicht mit den anderen spielen, weil die anderen haben es. Ich habe es nicht. Und ich denke mal, ich werde es mir auch noch nicht kaufen. Zumindest, in der nächsten Zeit nicht. Das erste, was ich mir kaufen werde, ist natürlich hier so PC. Dann hole ich mir Dark Souls 2 und Lost of the Fallen. Weil das ist richtig cool. Zudem kommt heute noch eine Folge bei Peter Bus Unum raus. Da könnt ihr noch vorbeigucken. Guckt euch Lost of the Fallen an. Das ist richtig cool. Bloß, das Problem ist, der gute Peter, der ist da nicht so gut drin. In dem Spiel. Oder eher gesagt, in diesem Spiele-Genre. von solchen schwereren Spielen. Es ist ja nicht so wie ich. Es ist nicht so der Über-Pro, so wie ich, der hier Dark Souls 1 mit Maus und Tastatur durchgespielt hat. Wobei manche Leute finden, dass das, dass man so nie so nie spielen sollte. Aber ich finde es eigentlich recht einfach. Man kann ja nur solche Sachen wie Sprungangriff oder so nicht machen. Oder treten. Zumindest habe ich noch nicht genau herausgefunden, wie genau das geht. Ich habe die halbe Steuerung eh wieder vergessen. Mit meiner Maus kann ich eh nicht spielen, weil ich nutze hier so eine Laser-Maus, so eine Laser-Kabel-Maus. Und die ist einfach mal doch irgendwie, meiner Meinung nach, bei Dark Souls doppelt so schnell wie meine alte Maus. Da kann ich die Kamera-Geschwindigkeit, die glaube ich mal für mich hier die Maus-Sensibilität war oder ist, kann ich da auf 0 stellen und die ist immer noch arschnell. Wenn die Maus da irgendeine andere Maus hier irgendwo etwas kribbelig langsam war. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass die eine Maus da irgendwo etwas schneller war, Maus-Zäger-mäßig, aber ich kann mich auch irren. Ich weiß, was mir geht. Ah ne, es ist keine Laser-Maus, sondern Leuchtdioden-Maus, meine ich. Das ist ja ein Unterschied. Korbens überprügelt. Äh, doch jeder gerne. Oh, jetzt habe ich den Dings da nicht vorgelesen. Egal. So, dann hätten wir hier auch das Ganze fertig. Wiederherstellung. Gegenschlag. Oh ja, wenn es auf 10 ist, ähm, sobald ich dann über 10 bin, verbessert sich das nicht auf 5, sondern nur noch um 4. Jetzt nach Burgabend-Licht. Ja. Ja, bitches. Oh, wir können jetzt die Waffen upgraden. Nice. Nice, nice, nice. Und morgen habe ich Religion in den ersten beiden Stunden. Oh yeah. Da habe ich dann, äh, Religionsunterricht mit Mr. Black. Dem irgendwo besten Religionsunterricht, den ich hier hatte. Meiner Meinung nach, weil der hier einfach mal die griechische Mythologie durchnimmt. Und wer von euch zu mir jetzt sagt, äh, das ist doch Standard, ähm, für mich nicht. Ich hatte sowas nie. Aber ich bin auch in einer Dingens, Generationsmäßig, bin ich da irgendwo in diesem Abteil gelandet, in der eigentlich das Wissenswerte so langsam irgendwie aus Acht gelassen wurde. Und man eigentlich nur noch das durchgenommen hat in der Schule, was von eigentlich, was im Lehrplan stand. Weil, ich kenne auch Lehrer, die haben noch neben so andere Sachen gemacht, die halt nicht so ganz auf dem Lehrplan standen. Aber, es waren dann solche Sachen, die waren echt interessant. Heutzutage ist das eben nicht mehr so. Weil, es mangelt an guten Lehrkräften, Leute. Oh, ich hab dem die Ringe nicht gegeben. Und das ist halt nun mal schlecht. da kannst du hier nicht so den weltbesten Lehrer, den du mal in der Grundschule hattest, erwarten, als, keine Ahnung, als Deutschlehrer oder sonst was auf irgendeiner normalen Schule. Nein, da hast du einfach mal irgendwelche 0815 Lehrer, das musste ich ja nicht, das hab ich selber erfahren, alles, an meiner alten Schule. die ich irgendwas auch schlimm fand. Warum hat er ein Amulett, mit dem er 3 XP mehr bekommt? Hat er da nicht einen Vorteil gegenüber den anderen? Das will ich doch nicht. Ach, hier stimmt, ich muss es nicht mehr drin. Er hat immer noch den Pixelfehler. Den hab ich schon währenddessen bei der anderen Gruppe weggetan. weiß ich nicht mehr brauchen. Ich hab den auch so High-End Equip gegeben und so. Alles das Professionellste vom Professionellen behaupten. Du, 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 So, jetzt kriegt der Nerd mal ein bisschen mehr Zeug. Wobei ich ja, diese Grundsachen, die ich hier immer habe, mit dem Medaillon und dem Silberring und sowas, die hab ich bei den anderen Gruppen auch schon alles weggetan. Die haben hier wirklich, warte, ich kann euch mal, ich zeig euch mal ungefähr, was die ausrüstungsmäßig so haben. Der Große hat den vierten Ring. Einer hat poliertes Medaillon. Ich habe dem Krieger auch den Elite-Harpien-Schnabel gegeben. Und so. Der Ritter hat hier die verfluchte Maske, weil plus sechs Bedrohungen. Hier Silberring wegen sechs Bedrohungen. Und so. Dann gab es hier noch mal irgendwas anderes mit. Noch mehr Bedrohungen. Weiß grad nicht, aber nicht was. Um hier ein Bandage. Moment, was war doch dieser eine Ring, ne? Genau, der Ring des Vollplattenpanzers. Plus vier Bedrohungen und so. Oder wo ist denn das spitze Amulett? Das habe ich mal schon dem Krieger gegeben, weil minus fünf Bedrohungen. Weil es war so, der hat ja ungefähr den gleichen Bedrohungswert wie der Ritter. Und das Problem war ja, ist ja, je höher die Bedrohung ist, desto öfter, desto größer ist die Chance, dass die angegriffen werden. Außer die hauen hier so ein AOE-Dings raus oder so. Ah ja, die Palastbache. Ich glaube, sie könnten uns noch aus dem Gefängnisturm kennen. Kämpfer, sie Palastbache. Die sind eigentlich locker easy. Die haben noch nicht alle die Waffen. Fett mir grad noch mal so ein. Ich war grad so am erzählen und dann auf einmal. So, ja, komm, machen wir noch schnell die Quelle. Aber es kann ja mal vorkommen. Ja, einmal Stroh. Schützt vor Erdbeben. Aber was kümmert, was kümmert uns schon? Ha, sie sind ja eh schon Hackfleisch. So jetzt dann. Vielleicht ein Aufstand, wer weiß. Hm, 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 hm. Ich drehe meinen Kopf so behindert. Wow, ist so ein Kopfweh, weil ich mir den Kopf gedreht hab. Okay, ist leicht. Ich muss ja nicht immer wie so eine Kuh oder sowas rumtun. Moment. Ich weiß nicht, ob man das dann hören kann, aber wir werden es sehen. Alter. Erstmal ein WhatsApp. Wie den würdest du vor nicht peilen, weil ich, ähm, weil ich ja gesagt hab, so ja, ich werd hier kein WoW spielen können und so. Und dann so, ah, weil du ja kein WoW holst und so. Moment. Bezüge ich dir mit der Kuh jetzt. Hm, muss ich mal gucken. Hä? Okay. Müsste ich schon. Ah. Genau. Das war ja hier grad Instant Buttons. Eine App, die ich recht witzig finde und nützlich. Hör. Ladet euch Instant Buttons runter. Leute. Die sind sehr cool. Manche Leute sagen...